Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, und was soll man sagen? Bitcoin komplett am eskalieren. Wir sind bis auf knapp 26.800 US-Dollar gestiegen. Long-Position explodiert. Komplett habe ich gestern ja auch schon mal ein, zwei Updates gegeben. Also es läuft momentan wirklich erst einmal nach Plan. Trotzdem, wir haben Wochenende. Man muss ein bisschen vorsichtig sein mit der ganzen Euphorie. Jetzt erst einmal, wir haben immer noch nicht den Downtrend durchbrochen. Den Rest werden wir uns auf jeden Fall zum heutigen Update-Video anschauen. Außerdem, wie gehen wir es weiter vor mit der Long-Position? Werden wir die wieder vergrößern? Werden wir weitere Profite nehmen? Das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Video anschauen. Außerdem auch mal einen kurzen Blick auf die Filmung, weil da auch jetzt mal so ein bisschen die Nachzügler langsam rankommen. Gestern noch ein bisschen enttäuscht. Die Altcoins heute sieht man schon hier rechts am Rand. Deutlich, deutlich mehr im Plus. Gut, und bevor wir starten, lasst dem Video doch wie immer gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe, wenn es denn einmal laden würde. Perfekt. Ja, kommt da gerne rein. Link ist unten in der Videobeschreibung. Dort kriegt ihr dann immer die neuesten Updates, die neuesten Videos, die neuesten Trades. Habe auch gestern noch dazu geschrieben, 75% der Longs sind zu. Sieht ganz gut aus momentan. Werden wir uns jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen anschauen. Und natürlich, die zweite Podcast-Folge ist gestern um 12 Uhr online gekommen. Mittlerweile auch endlich auf Apple Podcasts. Also schaut euch das gerne, oder hört euch das besser gesagt gerne an. Gerne auch euer Feedback. Wir würden uns darüber freuen, wenn ihr auch gerne auch folgen und eine gute Bewertung dort da lasst. Gut, und damit würde ich sagen, gehen wir jetzt direkt rein in die Analyse. Wie gesagt, Bitcoin momentan bei 26.600 US-Dollar. Leichte, so ein leichter Abverkauf hier nach dieser, ja, Supply-Zone, die wir hier oben gehittet haben. Diesen Order-Block. War nicht gerade wirklich verwunderlich, nachdem hier doch ein bisschen mehr Widerstand jetzt drin ist. Und auch hier wieder ein bisschen mehr Volumenunterstützung reinkommt. Es muss jetzt aber auch nicht unbedingt mehr nach oben hin pumpen. Wir hatten jetzt unseren schönen Impuls, nachdem wir unten diese Bullish Divergence gebildet haben. Mit dem tieferen Tief auf 1 Stunden Timeframe, habe ich euch ja gesagt. Long Position, ja. Daraufhin hatten wir gestern dann erstmal den Pump. Dann nochmal so ein kleines Pump-in-Dump-Spiel, wo wir ja gestern im Video darüber gesprochen haben. Interessanterweise, wenn wir uns jetzt mal hier das Fit-Level ziehen. Das habe ich ja auch gestern in die Telegram-Gruppe geschickt. Wurde das Golden Pocket um 3 Dollar oder ich glaube um 2 Dollar hier verfehlt. Bei manchen Börsen sind wir unter das Golden Pocket, bei manchen sind wir direkt ins Golden Pocket. Also es ist immer ein bisschen gefährlich, hier die Orders direkt ins Golden Pocket zu legen. Aber schöner Retest, davon können wir ausgehen. Also schön die Zone getestet. Position wurde dann einfach nicht mehr erhöht, weil ich eher gehoffte, okay, wir gehen direkt ins Golden Pocket. Ging dann auch alles relativ schnell. Aber völlig Wurst. Position ist dann hier oben, habe ich es dann geschrieben, zu 75% jetzt dann erstmal geschlossen. Hat einfach den Aspekt, lieber mal die Profite sichern. Ich rechne hier auf jeden Fall nochmal mit einem kleineren Retrace in den nächsten Tagen. Wahrscheinlich dann eher am Montag. Wir haben jetzt Wochenende, da muss man sowieso immer ein bisschen aufpassen. Fake Pump und sowas. Obwohl für ein Wochenende auf dem 1-Stunden-Timeframe hier sehr, sehr viel Volumen jetzt nochmal reingekommen ist. In diese Supply-Zone hier oben, in eben diesen Umverteilungsbereich, wo wir schon immer mal ein bisschen Probleme hatten. Also ein Retracement nach unten ist jetzt nicht gerade unwahrscheinlich. Wenn wir uns das Ganze jetzt mal nach Traders Reality, können wir auch mal wieder ein bisschen so angucken, wie sieht es dort aus. Wir haben mittlerweile auch hier wieder so eine Vector Candle. Wir haben noch keine, ja, lilane oder blaue hier oben reinbekommen. Hier hatten wir so die erste kleine blaue. Also wir könnten jetzt so langsam, wenn wir nach der Theorie gehen, wir hatten den ersten Push, wir hatten den zweiten Push und wir hatten jetzt den dritten Push direkt am Wochenende. Müssen wir jetzt hier langsam mal ein bisschen vorsichtig sein. Ich werde keine Short-Position eröffnen. Mir ist das Ganze vor allem am Wochenende. Dadurch, dass sie alles auch nach oben pumpen, Bitcoin-Dominance sehr, sehr weit oben ist, würde ich hier momentan einfach nicht reinshorten. Es ist natürlich lukrativ. Man hat eine Long-Position offen. Wir könnten hier reinshorten. Aber momentan gefällt mir das gar nicht. Der erste Step wäre jetzt erst einmal, ihr seht schon hier, das Daily Open. Wenn wir das hier nochmal testen sollten im Laufe des Tages bei 26.350 und dann nochmal einen Doppeltop reinkriegen und drunter schließen, dann ist es bearish. Dann könnten wir vielleicht mal über ein kleines Short-Setup nachdenken. Aber sonst ist es erstmal für mich vorbei. Sollten wir durch das Daily Open brechen, ich mache jetzt mal ganz kurz den Indikator wieder aus, glaube ich, dass wir ein größeres Retracement kriegen, zumindest mal hier runter Richtung 25.800 US-Dollar. Wir testen das gerade ganz kurz mal mit dem FIP-Level dazu. Also von unserem Tief bis zu unserem High jetzt mal die Gesamtbewegung nehmen. Würde es auch sehr, sehr gut mit dem 0,5er passen. Und wenn wir hier wieder ein bisschen zur Vergangenheit, ihr wisst, ich liebe das so ein bisschen, dann das hier nochmal so ziehen, würde es auch sehr, sehr gut passen zu dieser ehemaligen Range. Nichts, dass wir hier nochmal runtergehen und dann auch so ein kleines Inverse Head & Shoulders, aber das ist echt gammelig auf einen 1-Stunden-Timeframe, dass wir das dann bilden würden. Also ich sage jetzt mal so, ein Retracement Richtung 25.800 oder 25.600 wäre nicht gerade unwahrscheinlich. Einfach um das 0,5er oder das Golden Pocket zu ziehen und dann von hier aus. Und dann nächste Woche, und da müssen wir jetzt ein bisschen mal auf einen 4-Stunden-Timeframe, damit ich euch das zeigen kann, um dann nächste Woche mit neuem Impuls wirklich diesen Downtrend nach oben hin zu durchbrechen. Eine Bull Flag bin ich immer noch nicht so akkord mit, dass es eine Bull Flag darstellen sollte. Wir hatten auch schon mal versucht, einen Falling Wedge zu bilden, aber das ist nicht so geil. Sollte das Ganze eine Bull Flag sein, dann geht die Luzi richtig ab, weil dann können wir jetzt einfach mal spaßeshalber ziehen. Einfach mal so ein bisschen optimistischer, wenn wir uns das dann ziehen bis zum Breakout-Level oder wir gehen jetzt mal von hier aus ein bisschen pessimistischer, wäre das Ziel bei ungefähr 40.000 US-Dollar. Und da hat man ja auch schon mal öfters mal, ihr seht hier oben, die blaue Linie legt der nächste signifikante Widerstandsbereich mit diesem letzten signifikanten Hoch. Also das würde schon sehr, sehr gut passen, aber es ist noch ein bisschen früh für jetzt diese riesen, riesen Euphorie. Also da muss ich ein bisschen mal auf die Bremse drücken. Das ist jetzt erstmal so ein bisschen der Fahrplanposition, würde ich dann hier unten auch, sollten wir dann in dieses Golden Pocket reinkommen. Auch übrigens schön hier mit dieser 4-Stunden-Demand-Zone, die hier auch noch reinkommt mit dem Golden Pocket. Also da sind schon einige Überschneidungen und das Volumentechnische würde hier unten auch sehr, sehr gut passen. Da unten würde ich dann wieder die Position sehr, sehr deutlich erhöhen. Also wieder so von der Ursprungsposition so 75% erhöhen, klingt ganz gut, um dann gegebenenfalls nächste Woche dann wirklich dieses Retracement nach oben hin mitzunehmen. Über das Wochenende, entweder warten wir jetzt relativ viel Seitwärtsphase oder wir kriegen halt jetzt eben diese Doppeltop-Bewegung, die wir jetzt gerade eben angesprochen haben, dass wir jetzt runter aufs Daily Open gehen bis 26,350, dann Doppeltop bilden, wieder ein bisschen Liquidität rausziehen und dann den Abverkauf nach unten hin sehen. Grundsätzlich, wie gesagt, rate ich erstmal komplett von Shorts ab. Bitte jetzt irgendwie nicht da komplett reinshorten, macht glaube ich wenig Sinn, habt ihr ja gesehen. Und eher die Long-Position laufen lassen und dann mal schauen, wie jetzt so die nächsten Stunden bis, ich sage jetzt mal Sonntag, dann erst einmal weitergehen. Gut, dann gehen wir rüber zu Ethereum. Ethereum komplett gestern dann auch noch eskaliert. Wir sind gestern erstmal so nach Plan nach oben hin geballert, bis aufs 0786 hat die Ineffizienz gefüllt. Dann war ich Penn, da ist aber auch kein Short getriggert worden, wollte ich auch nicht, einfach aufgrund der ganzen Ding, weil auch die Altcoins, wie ich es am Anfang des Videos gesagt habe, wenig erst einmal nachgezogen haben. Klar, wir haben auch diesen Impuls bekommen, aber wenn wir dann so Bitcoin vergleichen, Bitcoin hat viel, viel eher die Ineffizienz gefüllt, Bitcoin ist viel, viel eher in diese Umverteilungszone reingekommen und jetzt ist die Ethereum deutlich, deutlich nachgezogen. Und auch hier sehen wir das ganz schön, hier ist die Umverteilungszone hier oben. Schön, erstmal Rejection und erstmal leichter Abverkauf. Ich rechne jetzt erstmal nicht, dass wir jetzt einen kompletten Abverkauf jetzt erst einmal hier sehen, aber wenn wir jetzt hier auf einen 1-Stunden-Timeframe uns das angucken, auch hier mal ganz kurz den Traders Reality, dann kriegen wir jetzt hier schon langsam die erste dickere Vektor-Candle. Oh, also blaue Vektor-Candle ist auch hier schon so eine lila. Also es könnte schon sehr, sehr gut sein. Wir haben jetzt auch natürlich Wochenende, Psy-Range von letzter Woche, beziehungsweise Psy-Range von dieser Woche ist ja immer noch aktuell, wo wir jetzt genau hier genau wieder sind. Also im Endeffekt hat sich der Kurs alles, was er die ganze Woche gemacht hat, genau diesen Beginn wieder geholt. Wir sind genau am Wochenanfang jetzt einfach wieder gelandet. Es ist nicht unwahrscheinlich, gleiches Spiel wie bei Bitcoin. Daily Open, nochmal hier hoch, eben die Liquidität nochmal fischen und dann gucken, wo wir schließen. Schließen wir da drunter, ist es bearish. Und dann werden wir auch sehr, sehr wahrscheinlich einen Abverkauf sehen. Dieser Abverkauf, wenn wir uns das auch mal ganz kurz angucken mit dem FIP-Level, würde ich jetzt erst einmal auch von Beginn des Pumps bis runter gehen. Könnte uns dann auch bis zum 0,5er oder sogar ins Golden Pocket bei 1.686. Also ich sage jetzt mal, der Bereich zwischen 1.700 und 1.686, das wären dann die Korrekturziele, die ich jetzt erstmal ausrufen würde. auch um hier dann gegebenenfalls, sollte sich die ganze bullische Stimmung jetzt erstmal behaupten, dann auch hier gegebenenfalls einen Long nochmal aufzumachen. Also nagelneuen Long, wir sind hier in keiner Long. Und genau, das ist jetzt erstmal so ein bisschen der Plan. Ich hoffe, das sollte euch jetzt erstmal ausreichen. Ich drehe jetzt gleich noch den Marktausblick für die kommende Woche. Schau mal voraus, wird wahrscheinlich weiterhin bullish sein. Aber lassen wir uns überraschen. Und ansonsten würde ich sagen, Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen, hört euch den Podcast liebend gerne an, würden wir uns echt riesig, riesig darüber freuen. Ach ja, wir haben hier noch eine kleine Barrage-Divergence, kommt auch noch dazu. Sprich dann auch nochmal für so einen kleinen Dump ins Daily Open. Gut, damit wünsche ich euch einen schönen sonnigen Samstag, kommt gut in den Tag. Und dann bleibt von mir nichts mehr zu sagen. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay cryptic.